So, hi zu einem neuen Video. Heute geht es um die App 4 Bilder, ein Wort, gratis im App Store und auf jeden Fall lohnt es, da drunter zu laden. Aktuell bin ich auf Level 253, beziehungsweise beim 253. Bild. Einfach auf Spielen und man hat direkt 4 Bilder. Man kann sie natürlich auch groß zoomen und sich genau anschauen und sie sollten ein Wort ergeben. Unten hat man vorgegebenen Buchstaben und man sammelt auch Coins, die man dann einlösen kann, indem man dann hier unten rechts draufklickt und es werden einige Buchstaben gelöscht und ein Buchstabe wird angegeben, so wie in meinem Fall. Ja, hier komme ich jetzt nicht weiter, war auch länger nicht mehr drin und man kann notfalls immer noch in Facebook es teilen und andere können dann helfen, falls sie dieses Bild haben. Und ja, in meinen Augen eine super App und dafür, dass es kostenlos ist. Auf jeden Fall runterladen. Mach's gut. Ciao.